Musik Lully ist der Schöpfer der Tragedie Lyrique, der französischen Oper. Paradox nur, dass er Italiener war. Ich würde sagen, er war französischer als die Franzosen. Musik Er wollte und musste dem König die prachtvollste Unterhaltung bieten, denn sie spiegelte die königliche Macht wieder. Daher war Lully tatsächlich ein politisches Instrument für Ludwig XIV. Musik 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 Musik